Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Chaos und willkommen zurück bei New Super Mario Bros. 3, zusammen mit dem Käpt'n. Ja, das bin glaube ich ich. Ich weiß nicht, ich habe kein Namensschild bekommen, aber... Doch, doch. Ja, wann habe ich es weggeworfen. Ja, das passt wieder zu dir. So, auf jeden Fall sind wir schon in Welt 5, was wir eigentlich gar nicht sind, weil da wurden wir bloß beim letzten Mal hingeschossen mit der Kanone. Wir sind ja jetzt eigentlich erst in Welt 3. Kanonis, wie Kanoloni. Ja, Welt 3, Mensch, super. Eisschweiß. So nenn ich es. Auf Reis. Nicht Reis. Ach, Schnee ist doch schee. Ja, ein bisschen Schnee ist doch schee. Super, los, Welt 1. Ja, ich habe auch die Schlaufe schon festgemacht am Handgelenk. Wir sind sehr stolz auf dich. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Das, das, das. Oh. Fängt ja gut, die an. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da kommt er, da kommt er. Das reicht nicht. Blub. Oh ja. Oh je. Hast du gesehen, wie ich mir seine Brille abgetreten habe. Die Brille? Die Brille. Er hat seine Brille verloren. Hilfe. Das ist mir jetzt alles irgendwie heute zu hektisch. Lass uns aufkommen. Oh. Das ist ja. So, ich bin jetzt auf jeden Fall der tolle. Der tolle ist er. Äh, Dingsmann. Fingooine-Mann. Der Eismann. Oh, jetzt aber nicht mehr. Oh, er kommt, er kommt. So, jetzt aber wieder. Hier ist doch bestimmt was drin. Jetzt, musst du mal, oh, muss ich das gesehen? Was war das? Hier sind plötzlicherweise gerade Dings gespawnt. Plötzlicherweise? Mein Gott. Na. Na, dann hol sie dir los. Da geht aber nichts rein. So, jetzt können wir aber hier durch. Das ist nämlich der Sinn der Serie. Ja, wir haben die Münze. Drück A. Ja, das wäre gut. Wah, wah. So, haben wir gut gemacht. Was ist denn heute los hier? Ich glaube, da muss man da hier oben einfach drauf springen. Ja. Wenn man da drauf springt, dann ist das cool. Die will er haben. Na los. Naja, komm schon. Komm, du doch. Ah ja. Ha. Wie alles freeze. Freeze, Baby. Freeze. Ice to meet you. Und jetzt machst du gleich Pank. Ja? Ich habe schon größere Panks gehört. Da oben. Na, egal. Vorsicht. Radioactive Man. Vorsicht, Radioactive Man. Auf zum Atem. Besser. Besser. Oh, da muss man hier. Aber besser von unten. Denn man weiß nie, wo so ein Dings drin ist, ne? Hier nicht. Der Tod. Der Tod ist da drin. Ne, ich rede von einem Ups. Von einem Ups? Ich habe heute einen Upswagen gesehen. Ah, ist das lustig. Du bist klein. Boah. Und klaut mir das Leben. Mann, du redest gar nicht, wovon ich reden möchte. Gesagt. Gitar. Oh, ich habe ein Problem. Wir müssen da hoch. Wird so dre... Wird so bub-bu. Ja, der ist nicht so doof wie die grünen Koopas. Warum habe ich denn geredet, Mann? Was, die grünen Koopas? Die fallen auch nicht irgendwo runter. Doch, die grünen schon. Die roten. Die grünen. So, jetzt muss hier da jemand hoch. Mit so Ansprunghilfe. Der kann ja nichts tun. Naja, wie? Der kann mir nichts tun. Naja, nicht von da unten. So, jetzt. Ach, Mann. So. Haben wir es geschafft. Ey, da war doch noch so viel... Oh. Ja, da brauchen wir Eis für. Nein, brauchen wir nicht. Nein, nein. Nein, haben wir das schon mal bewiesen, dass wir alles brauchen. Ja, okay. Ein Team ist alles möglich. Los. Warum tötest du ihn denn nicht? Da bleibst du da? Ich muss doch zurückjoinen. Du hättest einfach oben bleiben können, Mann. Ja, du hättest auch... Weißt du? Den Typen natürlichen können. Ich mach das jetzt einfach so. Ja. Ja, das war nicht sinnvoll. Weißt du? Mach das jetzt einfach. Naja. Müssen wir die Flange da oben haben. Müssen wir wieder im Weg. Wie? Ich bin hier im Weg. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich da oben stehen geblieben wäre. So, wie du es vorgeschlagen hättest. Na, wie schmeckt dir das? Nachpudding. 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 So, ich habe das groß gemacht. Das sollte reichen. Am nöchstesten. Pass auf, der kommt zurück. Das ist so einer. Wenn die Tüte ist, kommt noch einer. Übrigens, Tüte Productions hat das erzählt mit dem Womper Stomper. Womper Stomper? Ja, also mit dem Sprungangriff. Und ich weiß auch wieder, wofür er gut war. Und zwar, Tüte hat gesagt, wenn man diesen Dingswums macht, also diesen hier, Womps, dann fügt man Bossen doppelten Schaden zu. Bin mal gespannt, wie das soll, weil man kann sie eh bloß dreimal treffen. Ja, richtig. Ob man sie dann einmal so treffen muss und dann, ja, nimm schon. Und dann quasi noch einmal normal oder man weiß das alles nicht. Einfach rutschen bleiben. Oh nein, die musst du holen. Ja, da ist noch eine. Juhu. Dafür gibt's Feuer. Makes perfectly sense to me. Brum, brum, brum. Klempender Junge. Ja, Tüte Productions. Tut mir sehr leid, er war's. Er war's. Das ist gut gemacht. Kleiner Luigi Boy. Kleiner Luigi Boy. Mit dem Anzug bin ich dicker als du, so. Ja, Luigi, das denkt man erst gar nicht. Aber dann ist es so. Juhu. Ihr habt doch A gedrückt. A gibt's gar nicht, damit fängt schon alles an. Meine, ich stell doch A drauf. Ich bin in den Tod gesprochen. Oder nee, eigentlich hast du recht, im Grunde ist es größer als mit einer Maulsperre, wenn man die Wi-Mode so seitwärts hält. Jetzt nochmal. Mein, dieses verdammte Lied, ne, in dem Overview von der dritten Welt, das klingt immer wie das Lied von Eurasia. Ja. Respekt heißt es. Heißt es Respekt? Es heißt Respekt. Give a little respect to me. So. Ich mach das. Doch, stimmt, ja. Ich bin doch genau auf ihn draufgefallen. Es ist doch, es ist sonnig auszuhalten, oder? Also da kann man ja nur noch die Gewerkschaft anrufen. Na dann, du machst das. Boim, hat's gemacht. Das tut's doch immer wieder. Super. Brum, brum. So, nun, da oben. Ich darf schliedern. Die beide. Nee. Na ja, dann. Ich zahl den Tag. Nein! So, du musst jetzt auch hinter mir her sein. Was los geht's? Ha, hast du gesehen, wie die die zweite noch? Ja, hast du gut gemacht. Hast du gesehen, wie ich die nicht gekriegt habe? Aber du? Das war cool. Och. Der braucht das schon. So, Hauptsache hier noch, äh, super Pinguinkraft. Naja, es wäre auch ohne gegangen. N- nee. Fliwinden, stimmt. Bleib bloß da. Hab ich nämlich nicht geschafft. Ohoho, der Skinner. Der Skinner. Ja, ich muss mal's nämlich so machen. Ja, du bist jetzt hier gegen, weißt du. Dann muss man sich hier draufstellen. Ja. Und dann abspringen. Ja, um den Leuten mal zu zeigen, wie es richtig geht. Ich hab da guck du. Ansonsten passiert nämlich sowas. Was passiert denn da? Ich stirb jetzt bloß nicht. Na gut. Nee, hey, hey, Joe. Mann, jetzt hier. Was geht? Sagst du, aber was sag ich? Bo 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 bo. So ein Arschlo. Da stirbt man. Lebt bloß am Leben. Lebt am Leben. Nein, klebt am Leben. Klebt am Leben. Aber ich hab Leben am Leben gesagt. Ja, na ja. Trotz dem. Okay, wuhu. Ah, Mensch. Erst Level schon nach. Moment. Ja, neun Minuten. Das geht. Ja, das ist okay. Es ist okay, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich geistig zurückgeblieben sind. Ja, ich glaub, das merkt man gar nicht. Das ist mir selbst irgendwie ein bisschen peinlich gewesen. Na ja. Ist halt so. Kann man nichts machen. Vermutlich. So. Ach, das Level, das geht man in... Beim Let's Play Chaos. Da geht man in eine Höhle. Muss nichts peinlich sein. Glau... nein. Let's play. Ich glaube, hier ganz links. Hier für dich. Das ist in meiner Koopa. Ah, wusch. Ah, das... Ah, hier. Ah. Ach. Ride the bullet. Ja. Aber ich find's cool. Hey, hey. Do you wanna ride the bullet? Da fängt ziemlich an. Ganz einfach zu werden. Boah, hier kommt er. Der alte Typ. Oh, da ist noch was. Da ist die Blume. Hast du ihn gesehen? Hast du den Zauberer fliegen sehen? Ja, dann los. Ja, dann los. Wuhu, hast du ihn gesehen? Ja. Gehört zumindest. Danke. Gerne doch. Nein! Die Super- Ich hab' fast Tanuki gesagt. Super Pinguiden. Freeze-Anzug. Super Pinguin Land 3. Da muss man voll runter. Runter geht's. Richtig abwärts. Und jetzt muss man nämlich hier die Bullets spiden. Ach, das ist wieder dein Part, ja? Nein, das nicht, aber zuerst. Na gut. Ich möchte auch mal... Du darfst. Gut. So, jetzt hab ich deine Pedern zerstört. Jetzt darfst du... Na wie denn jetzt? Na ja, los. Du machst jetzt. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Was suchen wir erst. Fass. Jaaah. Hätten wir es auch. Nur noch eine Münze. Das läuft. Nein, das läuft. Aber als ob's so vorbekommen wäre. Als hätten wir uns... ...in das Spiel reingehackt. Was? Das ist doch alles Unfug. Ich kann doch nicht mit dem Kopf... Warum musst du nach oben? ...durch die Wand. Ah, da wär voll der Moment. Weißt du? Pass auf. Ich spring so ab und dann auf... Auf die Helme. Nein, pass auf, pass auf. Das geht ja schon fast. Oh, weißt du? So. Wow. Aber es klappt nicht. Mario müsste sich festhalten können. Du musst jetzt springen. Ja, genau so hab ich mir das nämlich gedacht, dass wir das so machen. Gute Sache. Fast gestoppt. Nein, also ja. Aber nein, aber ja. Aber nein. Wie soll man denn das schaffen? Mit einem Jetpack? Ich glaub mit so einem Dreiersprung. Garantiert doch aber bestimmt... Das ist die Kami. Hallo Kami. Hallo Kami. Sag mal was. Was? Da war die Kami. Oh, das ist jetzt voll in der Aufnahme. Ja. Einfach so in die Aufnahme reinzuquatschen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, jetzt sitzt sie hier und weißt du? Und dann wird sie... Na ja, oh, ein Schloss. Äh, äh, ein Spukhaus. Ja, das war ja auch nur. Ja, ja. Pass auf, der kommt jetzt wieder nach unten. Das hoffe ich. Nachverpiss dich. So ein Flüchtling.